Adler, Möbelstücke abbeizen? Möchten Sie Ihr altes, liebgewonnenes Möbelstück aus Massivholz restaurieren und es in neuem Glanz erstrahlen lassen? Dann müssen Sie zuerst die alten Lackschichten entfernen. Dazu können Sie entweder den Lack mit einem Exzenterschleifer abschleifen oder Sie greifen zum Abbeizer rote Krähe. Wie das Lackentfernen funktioniert, zeigt Ihnen Adler. Entfernen Sie die Schubladen und zerlegen Sie das Möbelstück vermöglich in seine Einzelteile. Griffe und andere Verzierungen am besten abmontieren, da der Abbeizer Sie sonst eventuell verfärbt. Den Arbeitsbereich schützen Sie am besten mit einer Abdeckfolie. In der geeigneten Arbeitskleidung sollten Sie an Arbeitshandschuhe denken. Schütteln Sie den Abbeizer kräftig und füllen Sie ihn in einen Eimer. Tragen Sie ihn mit Hilfe eines Pinsels satt und gleichmäßig auf. Decken Sie die bestrichenen Flächen mit einer Plastikfolie ab und drücken Sie sie fest. So trocknet der Abbeizer weniger schnell und kann intensiver wirken. Die nötige Einwirkdauer hängt vom Alt-Lacksystem und dessen Schichtdicke ab. Entfernen Sie nun die Folie. Schaben Sie vorsichtig, ohne das Holz zu verletzen, die Lackschicht mit einer Spachtel oder einem Farbabziehschaber ab. Die abgeschabten Lackschichten geben Sie in einen Eimer und entzogen diese fachgerecht. Mit dem ersten Abbeizen haben Sie den Großteil des Lacks entfernt. Wenn nötig, wiederholen Sie den Vorgang. Reinigen Sie anschließend die abgebeizten Flächen mit einem kleinen Schwamm und sauberem Wasser. Durch das Abbeizen und Abwaschen haben sich die Holzfasern aufgestellt. Glätten Sie sie mit einem Schleifpapier der Körner 180. Kleinere Lackrückstände, zum Beispiel bei den Ecken und Kanten, werden durch das Schleifen zusätzlich entfernt. Jetzt können Sie Ihr Möbelstück nach Lust und Laune neu lackieren. Die richtige Vorgehensweise und nützliche Gestaltungstipps sehen Sie im Adler-Video Möbel renovieren und neu lackieren. Und alle Produkte, die fürs Gelingen bekommen Sie beim Adler-Partner ganz in Ihrer Nähe oder im Online-Shop adler-farbenmeister.com Und alle Produkte, die im Adler-Artner ganz in Ihrer Nähe oder im Online-Shop adler-farbenen,